Morgen liebe Leute, kunst mein Herz, grüßt euch von der Kreuzung Ebertstraße, Ecke Hubertstraße, Siloher Straße, da hinten die Wand Kenta. Und jetzt ist es endlich soweit, ich gestalte dieses schöne Haus dort, bis zur Hälfte mit dem Ostsee-Bild und ich habe lange mit der Denkmalschutzbehörde abgekaspert, weil das Haus hier optisch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf. Genau und ich fange jetzt wieder an, erstmal die Flächen zu gestalten. So, es ist eine ganze kurze Arbeit, ich rechne für drei Tage. Mal gucken, ob das vom Plan her so passt. Viel Spaß! Musik 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.